Wie geht's weiter? Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Ich mache mich auf den Weg. Ich gehe besser in Deckung. Wer ist da? Habt ihr euch verlaufen? Russwirt ist da lang. Los, die Waffe weg, Kleine. Zurück. Wer es mit uns aufnimmt, muss gut schießen können. Scheiße. Nein. Sekundärziel abgeschlossen. Ich werde abgedreffen. Weiter. Was machen wir hier überhaupt? Wir suchen, wen immer Kolonel Zubor finden will. Nein, ich meine hier in Polania. Ist nicht Frieden? Sollten wir nicht nach Hause? Solltest du nicht den Mund halten? Das Letzte, was du willst, ist Zuboff zu hinterfragen. Wir... Wir haben sie getötet. Alles in Ordnung, Wojtek? Wir müssen zum Dorf. Wir müssen Papa und die Widerstandskämpfer warnen. Das kann ich machen. Das sieht nützlich aus. Alles klar. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ah, schau. Eine Waldfee. Elfe. Feen haben Flügel. Russwirtische Soldaten. Sekundärziel abgeschlossen. Ich mach mich auf den Weg. Alles klar. Ich mach mich auf den Weg. Wir sind ein Haufen Russwirtz. Siegerenschuss auf! Weiter! Erwidern das Feuer! Jeder Schuss zählt! Raus damit! Es tut mir leid. Dann mal los! Ich geh besser in Deckung. Alles klar. Bin gleich da. Alles klar. Bin gleich da. Dann mal los. Ich hab da drüben noch mehr Russwirtz gesehen. Es geht nicht anders. Wir stehen unter Beschuss. Schnell jetzt! Ich hab sie im Visier. Wir werden immer besser. Wir werden immer besser? Im Töten? Entschuldigung. Alles klar. Deckung kann nie schaden. Oh nein. Bastarde. Dafür werden sie bezahlen. Was auch immer uns weiterhilft. Dann mal los. Hilfe! Hier drüben! Deckung! Ich bin hier, um euch zu helfen. Sie greifen uns an! Es geht nicht anders! Genau! Wir werden einheit mit in den E-Literang aufgestiegen. Jeder muss sich selbst! Bleib unten! Wir gehen wie dir! Das wird immer der Hörbe sein! Es geht nicht anders! Sieht so aus, als wären wir jetzt sicher. Danke. Du hast uns den Arsch gerettet. Los! Verschwinden wir! Ich mach mich auf den Weg! Ich bin unterwegs! Gebt uns den Professor! Wir wissen, dass sie ihn versteckt! Wir kennen keinen Professor! Vorsicht! Wir müssen das nicht tun! Lasst uns einfach in Ruhe! Die hören nicht zu! Sitzt sie weg! Nein! Bleibt in Deckung! Womit haben wir das nur verdient? Ich gehe besser in Deckung! Alles klar! Beeilung! Jeder Schuss zählt! Die schießen auf mich! Kooperiert! Oder spürt die Konsequenzen! Gegenwehr wird mit tödlicher Gewalt erwidert! Ich nehme die Vizier! Ich nehme die Vizier! Ich nehme die Vizier! Weiter! Geht's allen gut? Ich höre! Können wir irgendwas tun? Wohin als nächstes? Sind unterwegs! Verdose! Können wir irgendwas tun? Was brauchen Sie? Dann mal los! Was machen wir jetzt? Vorsicht! Hilfe ist hier! Geht in Deckung! Terras! Das ist einfach meine leere Sack! Gehen wir! Wie kann ich helfen? Hä? Verdose! Ja? Alles klar! Wir sind bereit! In Ordnung! Können wir irgendwas tun? Alles ist wieder gut! Wohin als nächstes? Wir sind bereit! Wie kann ich helfen? Sieht nach einem sicheren Ort aus! Hä? Verdose! Primärziel abgeschlossen! Willst du irgendwas tun? Psst! Anna! Papa! Was soll das? Du soll... Neues Primärziel erhalten! Wir sind hauptlos! Wir sind hauptlos jetzt! Haltet durch! Abby! Abby! Haltet das Feuer! Feuer! Keine Waffe! Mach mal auf! Gehen wir! Jetzt! Noch nicht! Es sind noch Russwirts im Dorf! Warum lassen die uns nicht in Ruhe? Kommt! Helfen wir den Dorfbewohnern! Wer ist ein braver Bär? Ja? Ich höre! Bin gleich da! Deckung kann nie schaden! Unten bleibt jeder Schuss zählt! Hilfe! Hilfe! Schlagt sie zurück! Wir haben's geschafft! Was brauchen sie? Ich mach mich auf den Weg! weiter! Ich hab' dir um Angst zu helfen! Ein Held ist einem Wasser aufgestiegen! Ja? Hilfe! Hilfe! Hilf mir! Ich hab' sie im Visier! Oh! 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 Geht's allen gut? Wie kann ich helfen? Bin unterwegs. Ich nehme sie ins Visier. Schlagt sie zurück! Danke dafür. Wir haben das jetzt unter Kontrolle. Aber andere im Dorf brauchen vielleicht noch Hilfe. Warum hat dein Vater behauptet, er sei dieser Professor? Er wollte sie natürlich nur weglocken. Sie scheinen nicht zu wissen, wie der Professor aussieht. Ja, klingt logisch. Ich gehe besser in Deckung. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Deckung kann nie schaden. Ich habe sie im Visier. Hört sie durch! Hilfe ist hier! Schlagt sie zurück! Wer zur Hölle ist das? Rufen wir Verstärkung! Danke. Das war knapp. Es ist noch nicht vorbei. Los! Wir brauchen hier Verstärkung! Schnappt sie! Es geht nicht anders! Sie greift uns an! Sie haben sie erledigt! Danke für Ihre Hilfe. Du bist einfach der Beste, Wojtek! Dann mal los! Ich weiß nicht mal, wie man sowas benutzt! Ich bin zufrieden mit dem, was ich hab! Alles klar! Der Widerstand! Helfen wir Ihnen! Dann mal los! Mach ich sofort! Weiter! Der Widerang-Einhalten ist in den Widerang aufgesteckt. Es geht nicht! Es tut mir so leid. Ich hab sie im Visier! Ich bin jetzt dabei! Ich bin jetzt dabei! Fürs Erste! Nicht zu fassen! Ein Mädchen hat uns gerettet! Seid ihr Rebellen? Was ist hier los? Weiß nicht. Das war knapp. Was wollten die Bastarde hier? Die suchten jemanden, aber mein Vater hat sie weggelockt. Ich sah, wie er die Brücke zerstört hat. Es war kaum zu glauben. Dann ist dein Vater für alles verantwortlich? Ich geh besser in Deckung. Klar doch. Was auch immer uns weiterhilft. Klar doch. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Mack! Haltet Abstand! Benutzt Granaten und zielt auf den Rücken! Da ist die Panzerung dünner! Verteidigt euch! Unsere Waffen sind nutzlos! Raus damit! Ich nehme sie im Visier! Vorsicht! Das kann ich machen! Wir brauchen Anti-Meg-Waffen! Ich habe sie im Visier! Halt sie durch! Sie treffen! Alles klar! Einer! Zwei! Vielleicht auch mehr! Weiter! Wie viele sind es noch? Ich hoffe nicht viele. Für beide Seiten. Wohin als nächstes? Nehmen jetzt die Anti-Meg-Kanonen auf! Ich höre! Ich geh besser in Deckung! Ein Rülsf jetzt! Er ist allein! Jeder Schuss zählt! Es geht los! Er wird das Feuer! Die hätten wir! Ein Held ist einen Rang aufgestiegen! Er ist jetzt gesichtet! Ich bin gleich da! Hilfe! Hilfe! Was ist passiert? Unser Hof! Da hinten! Wir wurden angegriffen! Papa! Und die anderen schießen aus den Fenstern! Aber sie brauchen Hilfe! Geh zum Dorf! Wir schauen, was wir tun können! Neues Sekundärteil erhalten! Ich bin hier, um euch zu helfen! Hilfe ist hier! Ich habe sie erledigt! Fürs Erste! Bin unterwegs! Sieht nach einem sicheren Ort aus! Ich habe sie im Visier! Verteidigt euch! Ich geh besser in Deckung! Schlagt sie zurück! Hilfe ist hier! Ich nehme sie ins Visier! Sie hätten wir! Den Beschäftigen! Sprechen Sie! Wir sind bereit! Schon unterwegs! Wohin erstellst es? Was ist? Das machen wir jetzt! Lieber nicht! Macht sie nieder! Sieht so aus, als wären wir jetzt sicher! Wo? Wo ist Marek? Ihr Sohn? Er ist im Dorf! Danke! Vielen Dank! Hier! Das hilft vielleicht! Sieht nach einem sicheren Ort aus! Der went Mansion! Der ist im Dorf! Wir nehmen uns! Das ist im Dorf! Das ist im Dorf! Fals! Das ist im Dorf!